So, auf dem Stand bei Sennheiser und ich sehe auf dem Sennheiser Stand ein Produkt, was ich mal getestet habe oder gerade zum Test da habe, das ist von TC Helicon. Was macht ein TC Helicon Gerät auf dem Stand bei Sennheiser? Ja, hallo, das ist eine gute Frage und zwar haben wir uns einfach gedacht, wir müssen eine Kooperation machen mit einem sehr guten Effektgerätehersteller. Das ist TC Helicon ohne Zweifel und einem sehr guten Mikrofonhersteller, das sind wir ohne Zweifel. Und da ist diese Kooperation herausgekommen, das heißt, wir haben ein Bundle gemacht aus einem E835, haben das ein bisschen modifiziert, haben da einen extra Schalter noch eingebaut und mit dem Schalter kann man dann die Effekte des TC Helicon steuern. Das ist dieser hier MyControl, mit dem ich das aktivieren kann. Das kann ich hier programmieren, was ich damit starte im Grunde genommen. Genau so ist es, es gibt unterschiedliche Bundles und je nachdem, für welches man sich entscheidet, das E835 ist in jedem Bundle dabei und dann kann man das sich entsprechend programmieren, auf dieses Touchpanel hier legen und mit diesem Schalter dann entsprechend die Effekte zuschalten oder abschalten. Und das ist eure Evolution Serie und die feiert Geburtstag, habe ich gehört. Genau, 15 Jahre, so schnell vergeht die Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Und wir haben die Chance genutzt hier, ihr seht ja den Stand entsprechend zu schmücken, um diesen Geburtstag würdig zu feiern und sind da sehr stolz drauf, weil das unsere meistverkaufte Mikrofons ja in diesem Bereich ist. Wundervoll. Dann vielen Dank für die Information. Gern geschehen. Viel Spaß noch. bis zum nächsten Mal.